Hallo und herzlich willkommen zurück Leute bei einer neuen Folge von Dishonored, letztes Hirschnee geblieben. Wir haben uns die Rüstung geholt und jetzt müssen wir zu Runshorthor. Was müssen wir eigentlich machen? Wir schauen nochmal kurz, überwinden die Quarantänsperre oder verlassen den Überschwemmt-Bezirk? Also weil irgendeiner hat gefragt, was müssen wir eigentlich noch machen, weil wir haben jetzt eh ein paar Sachen erledigt. Also wir müssen den Überschwemmt-Bezirk erreichen, das sollte aber glaube ich nicht so schwer sein. Ich mach mal in 80, dann teleportieren oder unten sehe ich schon ein paar Leute. Das sind glaube ich aber Wachen, ja das sind Wachen, das sieht man an der Kleidung. Und deswegen geht es für mich da rüber. So, easy, cheesy, japoneezy. So, da ist irgendwo dieser große Roboter und ich überlege hier, ich glaube ich werde von links aus gehen. Von außen werde ich mich drum rüber schleichen. Ich glaube ich werde einfach hier gehen, ja. Die sehen mich nicht, die habe ich verloren. Und mit der 80 zieht man eigentlich auf der rechtssicheren Seite, deswegen werde ich jetzt einfach hier gehen. Ich muss auch aufpassen, dass die Leute mich nicht sehen. Ich glaube das ist eine scheiß Idee, was ich jetzt mache. Hoppa! Okay, okay, nevermind, nevermind! Und ein paar Leute, das finde ich nur lustig, ein paar Leute, weil ich sollte mehr singen. Wollt ihr das wirklich, wollt ihr das ich mehr singe? Also singe, das ist ja mehr ein, ein, ein Jodeln. Also Jodeln kann ich auch nicht. Nein, nein, das sind die Tiroler. Und wahrscheinlich nicht mal da können die Leute rodeln. Ey, rodeln. Rodeln kann ich auch, aber jodeln. Also, aber... Das geht mich, wie denn? Oh, shit. Just got real. Okay, kein Problem. Oh, fuck. Sorry, Leute. Entschuldigung, dass ich schon, dass mir in den ersten paar Minuten schon das erste Schimpfung auskam. Aber, äh... Ja, ich habe das Gefühl, wenn englisch sprechende YouTuber schimpfen, das lustiger ist, als wenn es Deutsche macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur meine, äh, ob das jetzt nur so ist, wie ich das fühle. Aber, ich, ich finde es, glaube ich, selber lustiger. Ach, was ist mit euch? Was ist mit denen? Geh weg, geh weg. Kann der mich riechen, oder was ist mit denen? Komm, lass mich rauf. Lass mich rauf. Lass mich rauf. Ach, komm. Warum geht die, warum geht das nicht in die Höhe? Warte, oder hier? Hier? Und jetzt schnell! Schnell! Ah! Da habe ich mir den Arsch verbrennt. Sorry, Katze. Weil meine Katze pennt. Und ich mache, ich wechsle eigentlich ungern auf. Wenn es nicht sein muss. Weil ich wäre ja auch ungerne im Schlaf. Würde ich mich ja auch nicht gerne stören lassen. Und dann kann man mal Rücksicht nehmen auf die Katze, ne? So, wir sind draußen. Wir sind draußen, oder? Oder fast. Genau. Und danke an denjenigen, der mir gesagt hat, ich muss die Mind-Control-Fähigkeit ein bisschen aufwerten. Und das kann ich. Und das mache ich auch. Dank dir. Du hast mir jetzt geholfen. Danke dir. Schau. So, so hilft sich die Community. Danke. Zum alten Arfenbezirk. Ich glaube, wir sind draußen. Yes. Was? Der ist da oben sieht aus wie der Einfette von... Als Shrek. Die ist eine... Ne, oder? Ne. Als Harry Potter. Das Kind. Das von Hagrid. Das dicke Kobold-Kind. Äh, Treuenkind, oder wie das heißt. So, da fliegen die fliegen schon wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber mittlerweile werden die Leichen nur noch ins Wasser geworfen. Das hat man schon bemerkt. Also, ähm, ich hab's gesehen, dass die Leichen, das habt ihr eh auch gesehen, einfach nur aufs Boot geworfen wurden. Aber jetzt sind die Leute so weit, sie hauen sie einfach ins Meer, ins Wasser. Das verwest nicht zu schnell, Leute. Äh, äh. Ach, da oben ein Knochen-Artefakt. What the fuck? Da haben wir eine Goldmine gefunden. Lass mich durch, lass mich durch. So, wo ist die Rune? Da hinten. Ja, und... Scheiß, ich hab Angst vor den Leuten. Die sind unheimlich. War das eine Zombie-Patrouille? Ich komm doch nicht rein. Fuuuck! Oh, weg! Oh. Nevermind! La 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 la. Ich bin so weg, ich bin so weg. Wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Da runter? Okay. Dann geh mal runter. Nein! Wo sind die? Ohohoho! Ohohoho! Ich will aber nicht... Faggot! Scheibenkleister! Ich wollte eigentlich die Rune und das alles holen. Ah, sieh, die da unten. Okay. Okay. Okay, wir sind noch im Rennen. Leute, wir sind voll im Rennen. Und ich seh doch... Da ist eine. Da, natürlich. Da, das merkt man. Ein Knochen-Artefakt. Dankeschön für die Blumen. Vielen Dank. Willi von dir! Hoppa, hoppa, Ryta. Wenn da fällt, dann Ryta. Komm, lass mich rauf. Lass mich rauf! Du bist doch sonst so eine Akrobatik. Aber manchmal ist es anstrengend. Die Figur ist anstrengend. So, das kann in dieser Saison so dadurch... Dann gehen wir halt durch. Hopp, lass mich rauf. Danke sehr, Mr. Huhu! So, aufmachen. Sehr schön. Ich glaube, das sind aber auch diese Heule oder diese Beine oder wie sie auch heißen. Das sind doch Leute, aber die sehen auch nicht krank aus. Also, die Leute sind doch relativ gesund aus. Sie sehen was. Was sagt das Herz? Da unten ist eine Rune. Aber die sind okay, glaube ich. Biss das an! Oh, 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 oh. Hallo. Oh, 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 hallo, Puppe! Da unten ist eine Rune. Da, da. Huhu! Eine Rune gefunden. So. Und jetzt noch bitte nach oben. Die werden von der Seuche geplagt. Die werden von der Seuche geplagt? Euch geht's doch gut? Also gut, ihr wohnt in der Kanalisation. Da werdet ihr wahrscheinlich dann schnell sterben, weil in der Kanalisation befinden sich halt ein Haufen Bakterien. Und deswegen ist der Kanal-Räume immer so krank. Keine Ahnung, das war jetzt nur eine Theorie. Aber logisch ist es in der Kanalisation... Ach, komm! Fuck, die machen das kaputt! Okay, ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach schnell hin und her. Kann ich die töten auch? Warte mal, wir probieren es mal. Wir sprechen ab und fetzen einfach drauf. Weil wir schießen eigentlich eh nicht. Also, wir schießen eigentlich eh nie tödlich. Und das sind doch keine Menschen oder irgendwas in der Richtung. Ah, die kann man töten! Ja gut, das sind aber keine Menschen, oder? Ja, die sind egal. So. Kack, Buhl! Flusskriecher? Das ist dieser Sam. Das haben sie falsch übersetzt. Äh, und... Got it! Was ist das? Ein Fisch, ein Fisch! Mörderfisch, Mörderfisch, Mörderfisch! Mörderfisch, komm, lass mich raus! Wo ist der? Du, fuck! Bratz, wenn ich dich kriege! So. So, wo müssen wir hin? Die leben wieder! Wo muss ich hin? Darüber? Bin ich falsch gelaufen? Das ist richtig! Das ist richtig! Oder darüber? Muss ich darüber öpfen? Leute, ich hab im Moment keine Ahnung. Ah ja! Komm mal rauf da! Aber oberhalb, weil da unten ist wieder... Ah, verdammt, ja gut, ich bin mal unterhalb. Weil da unten ist... Ich dachte eigentlich, da unten ist Killer Fischi. Deswegen wollte ich hier nicht umgehen. Aber ist egal. Ist egal. So, was haben wir hier noch? Ah, ein Schlafplatz. Naja, okay. Also da, glaub ich... Da hab ich auch schon mal Fürstliche geschlafen. Ich mein, ich bin zwar nicht der Kaiser. Das ist der andere. Aber... Äh... Ja, sogar ich habe da schon Fürstlicher genächtigt. Der Kaiser lässt mich nämlich immer in seinen... Aus seiner Toilette um zu schlafen. Der nicht größer ist als mein Zimmer. Also so von dem Kaliber ist, ja. Ich sag's euch, man hat's nicht so einfach. Man hat's nicht so einfach mit dem Kaiser zu... Zu... So. Mission fertig. Niemand getötet hätten wir. Sehr gut. Sehr gut. Und die Waffen sollen wir wieder zurückgeholt. Was wäre eigentlich passiert, hätte man das nicht gemacht. Hätte man dann wirklich keine mehr? Ich hoffe nicht. Oh, ich wäre Rache! Bitte, nein! Oh, sie ist jetzt, Korro. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass sie überlebt hatten. Ah ja. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach ihm. Ich töte sie nicht. Das böse Schaden war nur Schock. Ich habe Zeit für unseren Bonus. Havlock stand hinter ihm. Und auf ein Zeichen hin, schoss er jedem Einzelnen in den Kopf. Wie bei seinen Zielübungen. Nur ihr blieb kaum Zeit zu schreien. Ich wäre auch tot. Hätte Wallace nicht gesagt, dass nichts passieren wird. Pendleton entschuldigte sich, dass niemand wissen dürfe, was sie getan hätten. Martin trank und schien traurig. Der Admiral wollte Callister erschießen. Dann murmelte er etwas über einen Gefallen, den er ihrem Onkel Körner schuldete. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und ging zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Ist ja noch nicht so wichtig. Okay, danke. So, Sokolov, oder wie hieß der Typ? Ich glaube, Sokolov. Ich weiß jetzt gar nicht. Komm her. Den Asch geht mir. Fuck, ja. Ich mache alles kaputt. Ich mache die ganze Scheiße kaputt. Ich mache den. Ich zerlege den Laden hier. Ah, da komme ich nicht rauf. Rauf, da. Oder ich gebe mir den Schlüssel einfach. Ach, komm. Rauf. Ich muss hier raus. Da. Ah, danke. So. Bis dann, Puppe. Das ist jetzt nicht mehr das Safety-Gebiet. Das ist alles kaputt. Das würde ein normaler Mensch tun. Das ist schon wieder so eine Kackwache. Nein. Der Eski, Bruder. Der hat mich entdeckt. Wie soll das gehen? Ach, komm. Okay, hat mich, glaube ich, wieder verloren. Kann ich den? Ey, ich betäuben? Ach, ich betäuben einfach. Vielleicht geht es ja. Wir schmecken uns ab. Achte Damen. Sie hat mich entdeckt. Komm, lass mich in Ruhe. Sei lieb. Der ist der einzige Ort, wo sie nicht sucht, ist da rum. Aber. Okay. Das ist jetzt nicht wichtig. Daraus sehen deine Arsch wachen und die bringen dich auch rum. Renn besser weiter, wenn ihr das Leben blieb ist. Lili heißt die einzige, die mich freundlich behandelt hat. Ist schön für euch. Sei weiter wachsam. Ihr könnt wiederkommen. Es ist wirklich anstrengend eigentlich mit der Zeit, dass man immer wieder entdeckt. Also, gut, okay, darauf beruht das Spiel natürlich. Aber, man kann es ja noch, schwer ist es ja nicht. Das Spiel ist nicht so schwer. So. Und jetzt weiß ich mal, was ich zu tun habe. Emily. Darauf. Ich bin einfach, ich bin einfach der geborene Assassiner. Ich bin der geborene Zombiejäger, der geborene Assassiner, der geborene durch die Wand schauer. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir müssen, Emily ist ja oben. Wir sollen uns aber hier bewegen, ohne dass uns wer entdeckt. Da ist eine Kette, ich glaube, die nehme ich. Ja, fuck it. Da komme ich nicht hin. Dann kann sie ja nicht so wichtig sein. Und ich habe nicht mehr viel Munition. Eine Rundräuber. Eine Rundräuber. Aufpassen. Aufpassen. Dann rufe ich einfach. Idioten. Finde mich eh nicht. Ha ha. Ha ha ha. Das sind viel zu viele Leute. Wie soll das gehen? Es verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Ha ha. Scheiße. Mind. Ich muss Mindfreak machen. Wir können noch nichts erreichen. Ich habe es wieder vermasselt. Wie nice, Leute. Nach dem Cut geht es weiter. Okay, Leute. Ich habe gerade bemerkt, wenn wir eine Second Quest freigeschalten haben. Und zwar Piero heißt der Typ. Der ist gut. Der hat uns nicht vor Ort. Das war einer der wenigen Leuten, die noch zu uns helfen. Und das ist eine Sekundärquest, den zu holen. Das ist der Typ, der uns die ganze Zeit diese Sachen verkauft hat. Und ich würde sagen, natürlich, wir haben nicht mehr viele Freunde. Und ich glaube, wir sind ziemlich gezwungen, den irgendwie zu holen. So. Ich will das aber noch alles abschalten. Unbenutzbar. Was ist unbenutzbar? Wo ist der? Da unten ist der irgendwo. Ja, aber wie komme ich da rein? Piero. Piero. Da? An den Ketten? Okay. Da? Da ist eine Rune. Das höre ich ja. Da ist die drin. So. Nachtsicht. Activate. Wupp. So. Und jetzt müssen wir schauen. Kommen wir irgendwie rein. Die Piero-Bergschel ist da unten. Aber wie soll ich da reinkommen? Teleportieren. Wupp. Okay. Ja, das hat mir viel gebracht. Ah. Der entdeckt mich. Der entdeckt mich. Die haben eine dicke, fette Range, mich zu entdecken. Ich muss da irgendwie rein. Ja, komm. Kann ich nicht klopfen und sagen, hallo, ich bin der Briefträger. Ich möchte hier bitte kurz rein. Geht das nicht. Okay. Warum frage ich überhaupt? Aua. Ach komm, ne, halt dich doch fest. Halt nicht fest. Okay. Und wie komme ich da jetzt in die Werkstatt zu denen rein? Die Fronttür ist doch auf der Vorderseite. Oh, Leute, ich spreche mal kurz ab. Wenn ich jetzt draufgehe, dann kann ich wenigstens hier laden. Aber, weil das sind Haufen Wachen, die gerade hier Patroule schieben. Wie komme ich da rein, Mann? Warte, 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 warte. Ach, das ist doch blöd. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oder irgendwas, Scheißding, machen muss. Oh, danke. Jetzt habt ihr mir eine tolle Aufgabe gegeben. Ich kann einbrechen ins Haus, wo lauter Leute sind. Habt ihr ein Klopfer? Okay Oh Schau wie sich das dreht Oh, schau wie sich das dreht Oh Oh, das ist toll, das ist super Da dreht sich alles So Faggot Keine Ahnung, das war ein Vogel Der hat eine Flasche geschissen Okay Ja und wo bist du dann? Danke für die Rune Audiograph So Warte mal, da kann ich doch was reingeben, oder? Und ich hab das einfach mal reingeben So Leute, ich würde jetzt noch kurz Ich würde es eigentlich viel länger spielen Aber ich habe nicht viel Zeit Ähm Havelock Havelock, Altes Zimmer, Emily Wir müssen in Havelock, Altes Zimmer reingeben Ich denke, dass der Havelock Da drüben ist Ich will noch kurz mal schnell schauen in den Kontrollgang Weil ich bin mir wirklich Ich spreche lieber auch, Leute Ich glaube, es wird sonst Das wird sonst zu heftig Wenn wir da jetzt Wipen Dann ist es extrem ärgerlich Ehrlich jetzt Komm Ich werde dein Versteck finden Ach, warum denn? Immer wieder dasselbe Ja, wo ist denn Havelock's Zimmer? Havelock Havelock's Zimmer Havelock Havelock Ja, okay, Leute Okay, ich würde sagen Ich beende den Part hier Im nächsten Folge will ich dann wieder Sneaky durch die Gegend gehen Ich meine, ich habe es jetzt eigentlich versucht Aber es ist verdammt schwer Weil diese komischen, fetten Dinger Die machen sich einfach fertig Aber instant Die sind echt stark Okay, Leute Wenn ihr sich gewandert wollt, dann danke auch Würde ich freuen Meine Tele-Kinese Hat nicht funktioniert Keine Ahnung warum Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Macht's gut Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Drei Zwo Ein Tschau